Der Gebäudepark ist zentral für die Energiewende in der Schweiz. Rund die Hälfte der Energie wird in der Schweiz im Gebäudepark verbraucht. Der grösste Teil davon für Raumheizung und Warmwasser. Das belastet unsere Umwelt, denn 90% unserer Heizwärme und des Warmwassers wird mit fossilen Energieträgern hergestellt, also aus Erdöl, Erdgas oder Kohle. Die Folge sind hohe CO2-Emissionen. Diese wiederum sind massgeblich für den Klimawandel verantwortlich. Wenn die Schweiz die Energiewende schaffen und zugleich ihre gesteckten CO2-Ziele erreichen will, dann muss unsere Wärmeversorgung umgebaut werden. Doch wie soll das geschehen? Unter anderem durch die Fernwärme. Eine Zentrale liefert Wärme aus erneuerbarer Energie für ein ganzes Versorgungsgebiet, einen sogenannten Wärmeverbund. So lässt sich der CO2-Ausstoss deutlich verringern. Die Kunden erhalten die gewünschte Wärme in Form von heissem Wasser, verteilt über ein Rohrleitungsnetz. Beim Kunden gibt das Wasser seine Wärme ab und fliesst schliesslich wieder in die Wärmezentrale zurück. Der Baselbieder Energieversorger EBL hat die Fernwärme als Chance im Wärmesektor schon vor über zwei Jahrzehnten erkannt. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte die EBL eine Vision. Eine erneuerbare Energieschiene über 20 km von Pratteln bis Ormalingen. Diese Energieschiene Ergoldstal soll 15 von der EBL erbaute Fernwärmenetze verbinden. Ein wichtiger, erster Meilenstein in der Umsetzung der Vision ist der Zusammenschluss der fünf bestehenden Fernwärmenetze zu einem Grossverbund in Pratteln. Die Heizzentrale besteht aus einem einzigen hochmodernen Holzheizkraftwerk. Dieses produziert nebst Wärme auch Strom. Das Holz für das Kraftwerk wird so weit als möglich aus der Region bezogen. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Jedes Jahr spart es in Zukunft 14'000 t CO2 ein und 5'000 m Heizöl. Die Vorteile der Fernwärme sind vielfältig. Fernwärme ersetzt fossile Energien durch erneuerbare. Zudem erlaubt die zentralisierte Energieproduktion den Einsatz modernster Technik und reduziert dadurch den CO2-Ausstoss. Aber auch die Kunden profitieren. Liegenschaften in einem Wärmeverbund erhalten mehr Platz im Keller und sie sparen beim Unterhalt der Heizungsanlage. Die Preise der Fernwärme unterliegen geringen Schwankungen und sind unabhängig von globalen Ereignissen. Besitzer von Privathäusern über Gewerbebauten bis hin zu öffentlichen Gebäuden profitieren damit von einer sicheren, ökologischen und zukunftsorientierten Wärmeversorgung. Wärme mit Zukunft, Ihre EBL. , mit Zukunft, die speelt uns demek wprowaden mit einer sicheren, in einer falle Landwirtschaft in einer sicheren, varanduar comida in einem家uto und die tule zu meio bis ٹORYmit! Infot oglάze!